Zart bunte Blumen, Schmetterlinge oder bunte Motive mit schillernden Steinchen besetzt. Das passt perfekt, um die warme Jahreszeit anzulocken. Die effektvollen Motive in Frühlingsfarben lassen sich ganz leicht verarbeiten. Damit sich die Trägerfolie löst, werden sie einfach kurz ins Wasser gelegt. Die Yolifin Laveni 3D Tattoos sollten jetzt bei keiner Nailart fehlen. Pretty Nail Shop – jedes Mal ein Päckchen Glück!